Ärmliche Verhältnisse, ein Vorgesetzter, der jede Chance zur Demütigung nutzt und eine Frau, die eigentlich die Liebe des Lebens ist. Wie diese Konstellation in ein soziales Drama führt und was dieses Werk ausmacht, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Dieses Video wird unterstützt durch den Stark Verlag. Der Stark Verlag war so freundlich und hat uns seine Lektürhilfe Wojcik von Georg Büchner zur Erstellung dieses Videos zur Verfügung gestellt. Die Interpretationshilfe ermöglicht euch eine optimale Vorbereitung auf den Unterricht oder Klausuren. Ihr findet wichtige Informationen zur Biografie, eine ausführliche Inhaltsangabe, eine systematische Interpretation des Dramas und vieles mehr in diesem tollen Buch. Uns hat das Buch sehr geholfen, um dieses kompakte Übersichtsvideo zu erstellen. Für mehr Informationen klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung, dort gelangt ihr direkt zum Starkbuch. Außerdem könnt ihr das Buch gewinnen! Schreibt dafür einfach einen Kommentar mit eurem Instagram-Namen und folgt einfach Schule und dem Stark Verlag auf Instagram. Viel Glück und jetzt viel Spaß mit dem Video! Georg Büchner schrieb mit Wojcik 1836 ein revolutionäres Stück, welches jedoch erst 1879 veröffentlicht wurde. Dieses Drama besteht aus einzelnen Dramenfragmenten und insgesamt vier Entwurfsfassungen mit zum Teil unterschiedlichen Handlungskonzepten. Gerade weil Georg Büchner dadurch dem Text keine bestimmte Form aufzwang, weckte dieses Werk das Interesse vieler Literaturwissenschaftlicher. Das Drama beginnt mit der Vorstellung des Hauptcharakters Wojcik, der am Rande der Stadt mit seinem Freund Andres im Freien sitzt. Beide sind einfache Soldaten, die in der sozialen Rangordnung weit unten stehen. Unweit entfernt in der Stadt findet der militärische Zapfenstreich statt, dem Wojciks Freundin Marie beiwohnt. Dort erblickt sie erstmals den Tambour-Major, der genauso wie Marie direkt angetan ist. Der Tambour-Major ist ein großer, starker und attraktiver Mann, der als Anführer der Trommler eine besondere Stellung innerhalb der Armee einnimmt. Maries Zuneigung zu Major ist auch mit ihrem Streben nach sozialem Aufstieg verbunden, da sie mit ihrer bisherigen finanziellen Situation unzufrieden ist. Für Wojcik hingegen ist Marie die große Liebe und er geht zahlreichen Nebenjobs nach, um ihr den Lebensunterhalt zu finanzieren. Trotz seiner Anstrengungen fehlt Wojcik jedoch das Geld, um Marie zu heiraten, sodass ihr gemeinsamer Sohn Christian unehelich gezeugt wurde. Nach einem gemeinsamen Jahrmarktbesuch von Wojcik und Marie, der zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen Major und Marie führt, sitzt Marie in ihrer Kammer. Sie bewundert verträumt die Halskette, die ihr vermutlich der Major geschenkt hat und merkt dadurch nicht, dass der ständig arbeitende Wojcik den Raum betritt. Dieser betrachtet eifersüchtig die Halskette, da er seiner Freundin keine teuren Geschenke machen kann, schafft es aber, seine Gefühle zu unterdrücken. Es kommt zu einem kurzen Gespräch, bevor Wojcik Marie sein hart verdientes Geld für die Verpflegung gibt und wieder geht. Am nächsten Morgen rasiert Wojcik den Hauptmann. Dieser nutzt dabei jede Gelegenheit, um seine Überlegenheit zu beweisen, indem er Wojciks uneheliches Kind anspricht. Währenddessen treffen sich Marie und der Tambour-Major in einer Gasse, wo sie sich deutlich näher kommen. Wojciks Eifersucht erreicht ihren Höhepunkt jedoch erst, als er den Major und sein Geliebte eng umschlungen im Wirtshaus beim Tanzen beobachtet. Daraufhin packt ihn seinen Wahnsinn und er hört Stimmen, die ihm befehlen, Marie zu töten. Am nächsten Tag trifft er im Wirtshaus direkt auf den Tambour-Major, der Wojcik immer wieder zum Trinken animiert. Da Wojcik das Sticheln des Majors jedoch ignoriert, eskaliert die Situation und es kommt zum Ringkampf, den Wojcik verliert. Diese erneute Demütigung lässt Wojcik seinen endgültigen Beschluss fassen. Er will sich rächen und plant Marie zu ermorden. Damit steht diese Szene für den endgültigen Wendepunkt des Werks. Ohne langes Zögern lockt Wojcik Marie in den Wald, wo er Marie ersticht, was die Katastrophe des Werks darstellt. Wojcik war ein einfacher Soldat und gehörte damit dem ärmeren Stand an. Er findet mit Marie die Liebe seines Lebens. Sie ist eine gutaussehende Frau, die ihre Träume verwirklichen will und hat mit Wojcik ein uneheliches Kind. Diese friedliche Einheit wird im Werk durch den attraktiven und selbstbewussten Tambormajor gesprengt, der als Fraueneroberer zur Konkurrenz für Wojcik wird. Als Person mit höherem sozialen Status schafft es der Major, Marie zum Fremdgehen zu bewegen. Wojcik hingegen muss neben seinem Beruf als einfacher Soldat zahlreichen Nebentätigkeiten nachgehen, um seine Familie zu ernähren. So bietet er sich für Geld den zynischen und sarkastischen Doktor als Subjekt dessen Studie an. Diese besteht aus einer 90-tägigen Erbsendiät, die in ihm jedoch schwere psychische und physische Schäden hinterlässt. Des Weiteren kümmert sich der Soldat um die Rasur seines Vorgesetzten, dem Hauptmann. Diese mit boshaften Zügen besetzte Persönlichkeit macht Wojcik in jeder Minute, die er in seiner Gegenwart ist, mit verbalen Demütigungen klein, um sich selbst als überlegen fühlen zu können. Lediglich Wojciks Kamerad Andres ist eine Vertrauensperson und auch der einzige, der sich sogar diesem unterordnet. Alle anderen Figuren wirken Wojcik entgegen und führen zu einer Situation, in der trotz harter Arbeit kein sozialer Aufstieg möglich ist. Stattdessen wird Wojcik von seinem Vorgesetzten körperlich ausgebeutet und von Marie belogen. Mit dem Tambour-Major kämpft er zudem gegen einen ungleichen Gegenspieler, der mehr Prestige besitzt und wirtschaftlich sowie körperlich besser ausgestattet ist. Der Mord an Marie ist daraufhin sein verzweifelter Versuch, sich aus seiner Position in der Gesellschaft zu befreien. Das Aufeinandertreffen dieser sozialen Schichten ist ein Kennzeichen dafür, dass es sich um ein soziales Drama handelt. Es wird der offenen Dramenform zugeordnet, da die drei aristotelischen Einheiten von Ort, Zeit und Handlung nicht gewahrt sind. Stattdessen spielt sich das Drama an einer Vielzahl von Orten ab und setzt auf vielzählige Handlungsstränge, wie zum Beispiel der zwischen Wojcik und Marie, Marie und den Tambour-Major oder Wojcik und dem Tambour-Major. Zudem hat jede Szene einen eigenen und ganz neuen Kern, sodass eine andere Anordnung möglich wäre, was letztendlich durch die unterschiedlichen Entwurfsstufen des Werks auch der Fall ist. Durch wenige Zeitangaben und einem Zeitraum, der länger als 24 Stunden ist, wird auch die Einheit der Zeit nicht gewahrt. Genauso sprechen auch die Zeitsprünge gegen die Einheit. Weitere Hinweise für die Offenheit des Dramas finden wir im Aufbau, da die einzelnen Szenen nicht in Akte gegliedert sind. In Wojcik gibt es lediglich 27 nummerierte Szenen, die dem Prinzip der Diskontinuität unterliegen. Damit fehlt der linear zielgerichtete Handlungsaufbau und die Fünf-Akt-Gliederung geht verloren. Nochmal das Wichtigste. Wojcik von Georg Büchner wurde 1879 veröffentlicht und beschreibt das Schicksal eines armen Soldaten, der von seinem Vorgesetzten gedemütigt und von seiner Frau betrogen wird. Durch die ärmlichen Verhältnisse ist er gezwungen nebenbei als Testsubjekt in einer Erbsenstudie mitzuwirken, die ihn psychisch und physisch kaputt macht. Aufkommende Eifersucht und ständige Demütigungen, gepaart mit den starren sozialen Klassen der Gesellschaft, treiben ihn letztendlich dazu, seine Geliebte zu ermorden. Bei dem Werk handelt es sich um ein soziales Drama, da die aristotelischen Einheiten nicht gewährleistet sind und unterschiedliche soziale Schichten aufeinandertreffen. Außerdem handelt es sich lediglich um eine Aneinanderreihung von 27 nummerierten Szenen anstatt einer klaren Akteinteilung. Wir hoffen euch hat das Video gefallen, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.